Da vorne ist Fatih Sultan Mehmet Köpfchen. Das ist die asiatische Seite, die wir sehen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist Fatih Sultan Mehmet Köpfchen. Und das hier ist unbestimmungs Schädler Kürpüs. Der wurde halt eben nach dem Putsch umbenannt. Nach dem Putschbesuch, nach dem gescheiterten Putschbesuch. Und da ist Rummeni. Und das ist hier Bedeck. Wer es mag, ist schön. Die mögen es anscheinend. Ich mag es ja auch. Ich mag es ja auch. Die Sonnenuntergang ist da. Ich mag es ja auch. Ich mag es ja auch. Ich mag es ja auch. Ich mag es ja auch.